Im Rahmen der Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung wird auch die Struktur der Bundeswehr wieder auf den neuen alten Kernauftrag ausgerichtet. Diese erneute Strukturreform soll dazu beitragen, die Kopf- und Kommandolastigkeit abzubauen, Schnittstellen zu reduzieren und Entscheidungswege zu beschleunigen. Alles mit dem Ziel, die Bundeswehr bis 2029 kriegstüchtig zu machen. Am 1. Oktober diesen Jahres wurden die ersten Umstrukturierungen vorgenommen. Bis zum 1. Oktober 2025 soll die Strukturreform der Bundeswehr größtenteils abgeschlossen sein. In diesem Video gehen wir auf die einzelnen Veränderungen im Detail ein. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wenn ihr in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik immer auf dem neuesten Stand sein wollt, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Legen wir los! Das operative Führungskommando der Bundeswehr wurde am 1. Oktober 2024 aufgestellt und übernimmt künftig die nationale und streitkräfteübergreifende Operationsplanung, Führung und Auswertung. Darüber hinaus dient es als zentrale Anlaufstelle für zivile Behörden und internationale Partner. Diese Neuausrichtung stärkt die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr, indem strategische, operative und taktische Ebenen klar voneinander getrennt werden. Das Kommando entsteht durch die Zusammenführung des Territorialen Führungskommandos und des Einsatzführungskommandos und übernimmt Aufgaben im In- und Ausland. Es hat seinen Sitz in Berlin und Spielaufsee, Nähe Pansdorp, wird etwa 1.400 Dienstposten umfassen und ist dem Generalinspektor der Bundeswehr direkt unterstellt. Zu den Hauptaufgaben zählen die Priorisierung von Einsätzen, die Führung eines Lagebildes für das Verteidigungsministerium, die nationale territoriale Führung und die Koordination von Host Nation Support sowie internationale Übungen. Auch der Einsatz von Spezialkräften und die Amts- und Katastrophenhilfe nach Artikel 35 Grundgesetz fallen in den Zuständigkeitsbereich des neuen Kommandos. Darüber hinaus wurde dem operativen Führungskommando am 1. Oktober 2024 bereits die Landeskommandos unterstellt. Ab dem 1. April 2025 soll das Führungskommando dann vollständig einsatzbereit sein und das Territoriale Führungskommando sowie das Einsatzführungskommando ersetzen. Auch das Unterstützungskommando wurde am 1. Oktober dieses Jahres aufgestellt und wird nun in der Anfangsphase zunächst personell aufwachsen, um die Führung des zukünftigen Unterstützungsbereiches der Bundeswehr zu gewährleisten. Ab dem 1. April 2025 werden die Streitkräftebasis und der Zentrale Sanitätsdienst sowie weitere Dienststellen in den neuen Unterstützungsbereich integriert. Damit werden die unterstützenden Kräfte, ohne die die Teilstreitkräfte nicht operieren könnten, gebündelt und zentral geführt. Generalleutnant Gerald Funke übernimmt als erster Befehlshaber die Führung des Kommandos unterstützt von Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, der gleichzeitig als Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes fungiert. Das Kommando in Bonn soll rund 750 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeitende umfassen und wird letztlich den zweitgrößten militärischen Organisationsbereich der Bundeswehr mit etwa 55.000 Angehörigen führen. Seit dem 1. Oktober 2024 hat das Kommando erste zentrale Aufgaben übernommen, bis es am 1. April 2025 die volle Einsatzbereitschaft erreichen soll. Zu diesem Zeitpunkt wird die vollständige Integration der Streitkräftebasis und des Sanitätsdienstes abgeschlossen sein. Am 1. Oktober 2025 werden diese beiden Organisationsbereiche dann offiziell aufgelöst und die sanitätsdienstlichen Aufgaben werden von einem neu zu schaffenden Fachkommando Gesundheitsversorgung in Koblenz übernommen. Eine weitere Veränderung betrifft das Wachbataillon beim BMVG. Dieses untersteht seit dem 1. Oktober nicht mehr direkt dem BMVG, sondern dem Kommando Feldjäger, was wiederum der Streitkräftebasis untersteht. Folglich wird das Wachbataillon als Teil des Kommando Feldjäger ab dem 1. April 2025 ebenfalls zum Unterstützungsbereich gehören. Seine Kernaufgaben wie der Schutz von Regierungseinrichtungen in Berlin bleiben derweil unverändert. Auch das multinationale Kommando operative Führung sowie der deutsche Anteil des Joint Support and Enabling Commands der NATO wurden am 1. Oktober 2024 zunächst der Streitkräftebasis unterstellt und werden folglich ab dem 1. April 2025 dem Unterstützungsbereich unterstehen. Zudem wurden die Jugendoffiziere, die Familienbetreuungsorganisation, die Betreuungsstellen der zivilberuflichen Aus- und Weiterbildung sowie die Bundeswehrfachschulbetreuungsstellen, die bisher den Landeskommandos unterstellt waren, am 1. Oktober 2024 dem Streitkräfteamt unterstellt. Das Streitkräfteamt untersteht aktuell wiederum der Streitkräftebasis, folglich ab April 2025 dem Unterstützungsbereich. Auch das Planungsamt der Bundeswehr und das Multinational Simicommand werden zum 1. April 2025 dem Unterstützungsbereich unterstellt. Zukunft wird die Bundeswehr aus vier Teilstreitkräften bestehen, Heer, Luftwaffe, Marine und dem Cyber- und Informationsraum. Das Heer erhält ab April 2025 die Heimatschutzkräfte. Der Luftwaffe untersteht seit dem 1. Oktober 2024 das Luftfahrtamt der Bundeswehr, das vormals direkt dem BMVG unterstellt war. Darüber hinaus ist die Schaffung einer Continuing Airworthiness Management Organisation der Bundeswehr geplant. Dabei soll es sich um eine zentrale Stände handeln, die für die technische Überwachung, Dokumentation und Instandhaltung aller Luftfahrzeuge der Bundeswehr zuständig ist. Bei der Marine gibt es aktuell keine geplanten strukturellen Veränderungen. Und abgesehen davon, dass der Cyber- und Informationsraum von einem Organisationsbereich zu einer Teilstreitkraft aufgewertet wird, gibt es auch dort keine weiteren strukturellen Veränderungen. Dass eine Strukturreform der Bundeswehr lange überfällig ist, ist eigentlich eine unbestrittene Tatsache. Allerdings scheiden sich die Geister, ob die von Boris Pistorius verkündete und nun bereits begonnenen Reformen weit genug gehen. So wird beispielsweise die Aufwertung des Cyber- und Informationsraums zu einer Teilstreitkraft kritisiert. Skeptiker betonen, dass die Zusammenführung von Cyber- und Informationsoperationen in einer Organisation problematisch sei, da es sich um zwei grundlegend unterschiedliche Aufgabengebiete handelt. Zudem gibt es Bedenken, dass bestimmte Bereiche des Cyber- und Informationsraums, wie beispielsweise die elektronische Kampfführung, besser im Unterstützungsbereich oder beim Heer aufgehoben werden. Diese Kritik gilt natürlich auch bereits jetzt, wo der Cyber- und Informationsraum lediglich ein Organisationsbereich ist. Ein weiterer Kritikpunkt an der Reform ist, dass der Heimatschutz und Feldjäger nun verschiedenen Kommandos unterstellt werden. Dies könnte eher zur Verwirrung als zur Klarheit führen, da beide Bereiche im Verteidigungsfall eng zusammenarbeiten müssen. Auch wenn die Fusion des Einsatzführungskommandos und des territorialen Führungskommandos zu einem einheitlichen Führungskommando schon lange gefordert wurde und ein Schritt in die richtige Richtung ist, gilt es abzuwarten, wie sehr die beiden Kommandos tatsächlich zusammengeführt werden, da die beiden Standorte der Vorgang der Kommandos nämlich erhalten bleiben. Zu guter Letzt sollte der Unterstützungsbereich in meinen Augen nur eine Übergangslösung darstellen. Es gibt nämlich schon seit längerem die Forderung, die Streitkräftebasis und den zentralen Sanitätsdienst den Bedarfen entsprechend in die einzelnen Teilstreitkräfte zu integrieren. Gegen diese Forderung hat man sich nur deshalb entschieden, da die Ressourcen der Streitkräftebasis und des Sanitätsdienstes zu knapp sind und deshalb eine Bündelung in einem Unterstützungsbereich notwendig wurde. Ziel sollte es natürlich sein, diesen Ressourcenmangel zu überwinden und über genügend Logistik, Feldjäger, ABC, Abwehr und Sanitätskräfte für die einzelnen Teilstreitkräfte zu verfügen. Nur so erhält man auch kaltstadtfähige Großverbände. Das war es auch schon zur Strukturreform der Bundeswehren. Wenn ihr das Skript zum Video nochmal ganz in Ruhe durchlesen wollt, checkt mal gerne meine neue Webseite aus. Diese erreicht ihr unter der Domain suv.report. Ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig immer auf dem neuesten Stand in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik seid. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Moritz, der dieses Video sicherlich wieder wunderbar zusammenschneiden wird. Und natürlich an euch fürs Zuschauen und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.